hallo herzlich willkommen zu einem zu meinem ersten video heute reagiere ich auf ich bin youtuber everyday saturday parodie und ich werde darauf reagieren und wir werden uns das ganze anschauen das ist witzig weil er ist auch cool Und jeder denkt das nicht, das ist, das ist witzig, das ist sehr witzig. Nenn mir eine Person, die besser rappen kann als er. Das kann man weiterschauen. Alter, ich zocke Mario und bin auch cool, wenn ich Sonic spiele und Donkey Kong bin. Das kann mir sehr beliebt. Pokémon leider nicht, weiß auch nicht warum. Aber ist doch so. Keine Ahnung. Und ich bin einer mit einer Knarre. Hol ich mich raus, denn das ist zu viel. Vergewaltig. Wow, du bist ja, du bist ja, ähm, richtig cool, weil das ist böse, so, Knarre und, ja. Außerdem finde ich das auch sehr, sehr cool. Ich mag das, ich mag das. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin YouTuber. Ich bin YouTuber. Ich bin YouTuber. Ich bin YouTuber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das ist was mit der Reaktion glaube ich